Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living. Es ist Ostern, frohe Ostern, genießt das Wetter. Zuhause wahrscheinlich die meisten, ich auch und ich zeige euch jetzt noch mal was. Aber das, was ich euch zeigen möchte, ist in Zottel. Also gehen wir mal rein und da sehen wir schon riesen Karton. Ja und es scheint, manche Dinge werden zur Tradition. Nicht, dass ich die Sonnenbrille absetze. Aber Silvi, letztes Jahr, Ostern, vor einem Jahr, habe ich auch ein cooles Paket gekriegt. Und dieses Jahr wieder. Dafür sage ich schon mal herzlichen Dank und wie ihr merkt, Werbevideo. Wenn euch Werbung nicht gefällt, guckt was anderes. Wenn es euch interessiert, bleibt dran, würde mich freuen. Viel Werbung läuft auf meinem Kanal nicht. Ich schaue mir Produkte an, die mir gefallen. Silvi ist auf mich zugekommen, hat gesagt, hey Kai, hast du nicht Bock, nochmal ein paar Dinge zu testen, zu zeigen. Habe ich gesagt ja. Und warum habe ich ja gesagt? Weil, und das wisst ihr, wenn ihr mich kennt, ich auf Magnete stehe und weil die Produkte top sind. Das Ding habe ich vor einem Jahr Ostern hingepappt, das hebt, das hat Schottland überlebt, das hat üble Pisten in der Schweiz überlebt und in Schottland. Und deswegen bin ich überzeugt von dem Produkt. Und wenn ich von was überzeugt bin, dann zeige ich da auch mehr von gerne. Und deswegen gucken wir jetzt mal in den Karton. Was als erstes ins Auge fällt, mit Liebe verpackt, Sabine. Das finde ich immer sehr süß. Das war letztes Jahr auch schon. Dankeschön Sabine fürs liebevolle Verpacken. Und jetzt packen wir mal aus. Da gibt es wieder einen Haufen Verpackungsmaterial. Und dann kommen hier smarte Magnetsyscreme zum Vorschein. In verschiedenen Formen und Arten. Metal Strip und noch eine Metallmatte. Und mit der Metallmatte habe ich was ganz Spezielles vor. Die wird ein bisschen zweckentfremdet, aber dazu später mehr. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was mache ich denn mit solchen Magnetpins oder den Magnethaken? Wie verwende ich die ins Hottel? Die Magnethaken gehen zusammen mit der Metallleiste, die mitgekommen ist. Die Metallleiste sieht ausgepackt so aus. Die Stange hat jetzt hinten 3M Klebeband. Wird also nicht gebohrt oder sonst irgendwie, sondern voll dran geklebt. Und wo klebe ich die denn jetzt hin? Denn ich möchte die verwenden mit diesen Haken als Garderobe. Denn heute stopfe ich alle meine Jacken und sonstiges Anti-Gedöns da oben rein in mein Fach über dem Cockpit. Das ist aber echt ein bisschen unübersichtlich und da liegt sehr viel drin. Jetzt will ich ein paar Jacken auslagern und woanders hinhängen. Und da kommt diese 25 cm Metallstange genau zum rechten Zeitpunkt. Denn mit dieser Stange und diesen wirklich stark haftenden Magneten baue ich mir eine Garderobe. Die kommt hier hin, schön hoch, dran kleben und an die Magnete kommt dann die Jacke dran. Und das hält bis zu 10 kg. Die mitgelieferten Haken kann man natürlich auch ohne Metallstange verwenden, denn wir haben hier dieses Gel-Pad. Da macht man einfach hinten die Folie ab. Das ist magnetisch von der einen Seite und so klebrig von der anderen Seite. Lässt sich aber auch rückstandsfrei wieder abziehen. Und dann kann man so einen Haken zum Beispiel an die Kühlschranktür pappen. So, irgendwie. Und da sein Geschirrtuch dann dranhängen. Das hebt wunderbar. Hat mal einer ein Geschirrtuch. Zufällig liegt hier eins. So, und dann ist das super aufgeräumt. Und wenn es einem nicht mehr gefällt, nimmt man das Geschirrtuch wieder weg. Haken ab. Das Gel-Pad weg. Rückstandsfrei. Und man kann das wieder woanders hinpappen. Und wenn die Rückseite mal verdreckt ist, einfach unter fließend Wasser halten, säubern und das klebt wieder wie am Anfang. Das ist gerade im Camper geschickt, denn manchmal klebt man oder montiert man Dinge, wo man im weiteren Verlauf feststellt. Das war jetzt aber nicht so clever, der Platz. Und mit diesen Pads kann man dann einfach sagen, okay, mach's ab, kleb's woanders hin. Aber ich schweife schon wieder ab. Bleiben wir mal noch bei der Garderobenstange. Die klebe ich jetzt mal an meine Tür und gucke, was passiert. Da wird die Klebeschutzfolie abgezogen. Achtung, das ist wirklich klebend. Das kann man nicht einfach wieder reibungslos abmachen. Da können Rückstände zurückbleiben. Deswegen ein bisschen überlegen, was man damit macht und wo man es hin tut. Und bei mir ist eigentlich nur noch dieser Platz frei für eine kleine Garderobe. Deswegen klebe ich das jetzt hier hin. So, Pi mal Daumen. Möglichst richtig rum, dass Silvi auch nicht auf dem Kopf steht. Und dann pappen wir das mal hier hin. Das ist vorher ein bisschen gesäubert. Und jetzt drücken wir da mal dagegen, dass der Haftkleber gut sich mit der Tür verbindet. Nachdem ich mir jetzt hier ein Elch gedrückt habe und das Ding hoffentlich gut an der Tür klebt, kommen jetzt mal die Haken dran. Denn die Sache hat natürlich einen Haken. Beziehungsweise in dem Fall zwei Haken. Und in diesem speziellen Garderoben-Fall benutze ich jetzt diese Gel-Pads nicht. Denn ich brauche ja starken Magnetismus. Also nehme ich nur den Magnet und pappe den hier an die Schiene. Und ich glaube, das geht nicht wieder ab. So stark sind die Magnete. Und da passen locker vier von den Magneten hin. Ja, und so hängen auf 25 Zentimetern jetzt vier Magnethaken und gleich vier Jacken. Ja, und jetzt seht ihr schon, da hängen meine vier Jacken. Schwere Snowboardjacke, zwei Westen und meine geliebte Mega-Mobiljacke. Die hängen da wunderbar. Das macht einen sehr stabilen Eindruck da oben. Das Problem, das sich jetzt aber ergibt, das seht ihr vielleicht. Genau, der Platz ist jetzt ein bisschen enger da hinten. Und das Vorbeilaufen gestaltet sich etwas kuscheliger. Aber es geht noch gut. Und dadurch, dass ich ja allein unterwegs bin und hier auch nicht immer die dicksten Jacken hängen, funktioniert das wahrscheinlich ziemlich gut. Wir werden es mal über die lange Zeit testen. Gucken auch, wie hält es? Hält es für die Ewigkeit? Oder macht es doch irgendwann mal den Abflug? Momentan sieht es danach aber nicht aus. Und ich könnte mir vorstellen, auf lange Sicht hier auch noch eine 25 Zentimeter Schiene hinzumachen. Denn hier kann man auch noch gut hinhängen. Auf dem Nachbarbett pennt eh niemand. Das ist sowieso belegt von technischem Equipment. Und dann kann ich hier auch noch zwei Jacken hinhängen. Dann ist es im Gang nicht ganz so eng. Wäre noch eine Überlegung wert für die Zukunft. Für einen Stresstest des Materials ist das aber sicherlich der bessere Ort, um es zu montieren. Denn da streife ich immer mal wieder vorbei. Das gibt ein bisschen mehr Zug an den Haken, an der Schiene. Und so kann ich viel besser testen, ob das wirklich auf Dauer hält. Und jetzt werfen wir mal noch einen Blick ins Bad. Denn auch da gibt es Handlungsbedarf. Ich habe hier noch so einen Billighaken. Der ist blöderweise geklebt. Der hält aber nicht mehr wirklich richtig. Bei Wärme löst sich der Kleber. Damit bin ich schon länger nicht happy. Und jetzt bin ich froh, habe ich eine Alternative von Sylvie. Nämlich auch wieder diese Haken. Die kann ich locker hier an meine komische Holzwand pappen. Handtuch dranhängen. Hält. Machen wir mal. Oh verdammt, aber erst muss der alte Haken weg. Oh scheiße. Wie kriegt man den jetzt ordentlich weg? Ohne dass da dein ganze Kleber an der Wand hängen bleibt. Ja, so sieht das dann aus. Ganz toll. Immerhin ist Holz nicht beschädigt. Jetzt kann ich das erstmal wegfriemeln. Also wenn das gerne einer von euch machen würde. Herzlich willkommen. Oh, das ist nämlich echt ein Dreck. Das ist mal echt ein Mist. Da hätten wir gescheiter gleich richtige Sylviehaken montiert. Mit halt diesem Käse. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Osterspaß ist eigentlich anders. Aber es geht immerhin so. Geschafft. Es hat sich entfernen lassen. Ja, und jetzt geht das wie vorhin am Kühlschrank. Hier wird Folie abgezogen. Das Ding wird so hingehängt, dass man Sylvie lesen kann. Dann stimmt das. Ein bisschen andrücken. Magnet dran. Fertig. Das hält ein Handtuch locker aus. Ich habe jetzt gerade keins dabei, aber... Moment. Friedrich! Friedrich will auch fliegen, denn der Co-Pilot hat jetzt seinen eigenen YouTube-Kanal. The Flying Co-Pilot. Und hier, Kollege Friedrich. Kann auch mal fliegen. Den hängen wir hier hin. Also wie ihr seht, ein Friedrich halten die Haken. Ja, und wie ihr jetzt hier sehen könnt, nicht nur ein Friedrich hält der Haken, sondern auch ein Handtuch. Friedrich hat das übrigens Spaß gemacht. Was haben wir noch? Wir haben noch eine magnetische Matte. Die kennt ihr aus meinem letztjährigen Video. Da kann man wunderbare Gläser draufstellen, die dann nicht verrutschen. Gerade für die Lagerung in den Schränken. Das Video von letztem Jahr verlinke ich euch hier hoch. Aber heute will ich mit dem Ding was anderes machen. Ich suche nämlich schon länger nach einer Whiteboard-Lösung für Zottel, wo ich immer mal Dinge aufschreiben kann, die ich noch machen will, die ich filmen will, die ich einkaufen möchte und so weiter und so fort. Bisher habe ich da nichts gefunden. Und jetzt ist das mal ein Test. Denn diese Matte lässt sich wunderbar hier hinkleben. Ist magnetisch. Und wie ich dann drauf schreibe, ist auch ganz simpel. Jetzt klebe ich die Matte da aber erstmal hin. Dafür wird hinten entfernt. Das lässt sich auch wieder rückstandsfrei abnehmen. Also muss man auch nicht so ganz genau messen. Wir machen das wie immer. Pi mal Daumen, dann passt das schon. So, jetzt haben wir hier noch die Schutzfolie drauf. Dann habe ich hier ein Blatt Papier. Und das kommt hier dran. Und dann habe ich ein sehr simples, schnell installiertes, ohne kleben Bohren Whiteboard. Nur, wie befestige ich jetzt das Papier? Da kommen diese magnetischen kleinen Pins zum Einsatz. Damit wird das ganz einfach an allen vier Ecken befestigt. Und dann hängt das da super. Und ich kann hier drauf schreiben. Sau geschickt. Original kommen diese kleinen Pümpel auch mit einer Nano-Gel-Matte. Und die können 10 Blatt Papier a 80 Gramm halten. Da kann man also zum Beispiel, wenn man hier sowas Schönes bekommt, kann man auch hier einfach die Schutzfolie abziehen, hier hinpappen, den kleinen Pümpel nehmen. Und dann hält das. Das kann man im Prinzip auf jeder Oberfläche hier im Van machen. Sau geschickt eigentlich. Somit also meine Whiteboard-Lösung erst mal fertiggestellt. Mal gucken, wie ich damit zurande komme. Ich finde es eigentlich recht praktisch, denn ich kann es rückstandslos wieder entfernen, wenn es mir nicht gefällt. Jetzt klebe ich noch einen dieser Haken an meine Kühlschranktür. Da kommt nämlich tatsächlich das Geschirrhandtuch hin. Da wusste ich bisher auch nicht so genau, wo das hin soll. Schön wieder darauf achten, dass man auch Sylvie lesen kann. Das ist ganz wichtig natürlich. So, dann ist es angebracht und ich habe endlich Platz für mein Geschirrtuch. Zweieinhalb Jahre, ehe ich endlich den Platz habe. Ja, was das Whiteboard angeht, man kann leider nicht direkt auf dem Material von Sylvie schreiben. Das wäre natürlich cool, aber da wird es nicht mehr wirklich abgehen. Das war nach Rücksprache mit Sylvie so gesagt. Ich habe es jetzt nicht getestet, denn ich wollte es mir nicht versauen. Aber vielleicht entwickelt Sylvie ja noch etwas, was in die Richtung geht, dass man irgendwann hier eine noch schönere Lösung hat, auf der man dann auch direkt schreiben kann und nicht mit Blatt Papier arbeiten muss. Jetzt warten wir es mal ab. Nächstes Jahr ist ja auch wieder Ostern. Hier sieht es auf jeden Fall jetzt ziemlich übel aus. Oster suchen ist hier nicht. In dem Chaos findet man nichts. Deswegen dürfen meine zwei Statisten jetzt hier gleich aufräumen. Die müssen sicher ihre Osterhasen auch verdienen. Was bleibt zum Schluss noch zu sagen? Es gibt noch einen 10% Rabattcode. Travel Camping Living. Wenn ihr den bei Sylvie eingibt, kriegt ihr auch die 10% Rabatt. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie die Dinge hier halten. Ob ich Friedrich noch öfter ins Klo hängen kann. Aber so wie ich die Artikel von Sylvie kenne, wird das gut funktionieren. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch ganz tolle Ostern. Genießt das schöne Wetter, so gut es geht. Auch wenn wir nicht weg können. Aber man kann sich auch so in die Vans setzen und ein bisschen davor grillen, wenn man den Platz hat. Macht's gut. Wir sehen uns bald wieder, hoffentlich mit Reisevideos. Ich würde mich freuen. Ciao zusammen. Oder den Metal Nano Gel. Heiß nicht gleich. Nochmal. Aber ich schweife ja schon wieder ab. Bleiben wir mal noch bei der Gardinen. Gardinen. Boah, ihr hört das falsch rum. Also wenn die einmal hängen, überlegt euch vorher, wie ihr sie hinklebt. Boah, das Ding geht gar nicht mehr ab. Scheiß die Wand an. Ja, man muss es wegdrehen, dann geht es auch wieder ab. Also mit ziehen ist nicht, man muss es wegdrehen. Hei, man landt. Schon der Wahnsinn. Also jetzt gescheit rum hänge. Nämlich so rum. Mal gucken. Auf dieser magnetischen Unterlage. Da kommen diese, wie heißen sie? Da kommen diese, wie heißen sie?